Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video sprechen wir über das Stablecoin Staking bei Minimil, was man aktuell schon machen kann und warum das so wichtig ist, beziehungsweise was das für einen riesigen Effekt auch auf dein Leben haben kann und haben wird. Wenn du es machst, dementsprechend pass gut auf, setz einfach das um, was ich dir in diesem Video zeige und hör dir meine Gedanken dazu an. Also, vergesst nicht dem Video ein Like zu geben, mir ein Abo da zu lassen und ich würde mal sagen, viel Spaß und bis gleich. Ja, hier sind wir schon auf der Minimil.com Seite. Sollst du hier noch nicht angemeldet werden, kannst du natürlich immer den Link, den du unten in der Beschreibung findest, nutzen, um dich anzumelden. Bei Minimil hat man ja die Möglichkeit, hier über den Shop letztendlich sich so ein Guthaben zu machen, also Suncredits aufzuladen. Und diese Suncredits, mit diesen Suncredits kann man sich letztendlich dann hier ein Stablecoin generieren und da sieht man hier dann Suncredits, wie viel man dort zur Verfügung hat. Stable Credits, das sind die Suncredits durch 1,5 geteilt und dann kriegt man noch einen 10%igen Stable Ausgabeponus, was man hier gut sehen kann. Und damit kann man dann arbeiten. Und inwiefern kann man dort mit arbeiten? Man kann diesen Stable nutzen und kann sich am Umsatz der Firma Minimil beteiligen. Und zwar schüttet die Firma Minimil 10% vom Umsatz der gesamten Firma wieder zurück an ihre Community aus. Und ich mach mal so. Dann sieht man hier ein bisschen besser, was hier Sache ist. Hier oben siehst du immer den insgesamten Stable-Betrag, den du jetzt hier hast. Du siehst deine Suncredits, du siehst deine geswappten, deine bereits geswappten Stables und die gestakten Stables. Und ja, wie funktioniert das Ganze dann? Das hier ist der erste Schritt, die erste Box, wo du hier dann einen Betrag eingibst. Das sind dann die Suncredits hier oben. Kannst hier aber auch eben tauschen, wenn du Stables in Suncredits wieder umtauschen möchtest. Wir möchten jetzt aber erstmal Stables haben, weil wir wollen ja staken. Klickst, gibst hier eine ganze Zahl ein. Also 1,7 würde nicht klappen. Doch, hier würde es sogar klappen. Aber hier gehen dann nur ganze Zahlen. In dem Moment, wo du es eingetippert hast, klickst du auf Ich akzeptiere. Und dieser Knopf hier wird so hellbraun. Dann swappen wir das Ganze und sehen, Suncredits has successfully swapped to Stable. Können hier weitergehen, beziehungsweise sehen jetzt hier erstmal 15 Stables haben wir nun verfügbar. Das heißt, wir können nun hier diese 15 Stables eingeben und können diese staken. So, jetzt steht hier der Stake was successful und können, wenn wir wollen, hier auch wieder draufklicken. Und diese Summe dann wieder unstaken. Was das Schöne ist hier, dass wir hier natürlich einen Zinseszinseffekt haben. Und ja, ein Zinseszinseffekt ist letztendlich, wenn man das Geld, beziehungsweise den Zins, also die Stables nimmt, sagen wir mal jede Woche einmal oder jede zwei Wochen, jeden Monat einmal nimmt und wieder reinsteckt. Also, angenommen, ich kriege hier circa 10 Stables pro Tag, dann kann ich jede Woche 70 Stables nehmen und wieder staken und habe sozusagen 70 Stables, die hier letztendlich mehr drin sind, die für mich arbeiten. Das heißt, ich habe jede Woche, jeden Tag, wie auch immer ich nochmal stake, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, die für mich arbeiten. Und habe so dementsprechend eine exponentielle Kurve, die mir am Ende ein richtig schönes passives Einkommen bringt. Denn hier werden wir am gesamten Umsatz beteiligt. Das heißt, wenn die Firma Minimil extremst wächst, weil sie große Partnerschaften macht, ist das natürlich auch cool für uns. Denn so können wir uns mit unseren 5000, 1000, 10.000, 30.000, 100.000 Stables, die wir haben, letztendlich ein passives Einkommen aufbauen. Und kriegen wir jeden Tag immer eine kleine Summe an Stables ausgezahlt, die wir dann letztendlich natürlich auch nutzen können, um uns die aussahen zu lassen. Wir können die dann nutzen, um damit Kryptos zu kaufen. Wir können die nutzen, um die in Euros zu tauschen oder was auch immer wir letztendlich wollen. Du bist komplett frei und flexibel, kannst sie auch jederzeit wieder unstaken. Und das ist halt letztendlich das Schöne. Also du baust dir einen Cashflow auf, wo du jeden Tag Rendite oder deine Ernte bekommst und jeden Tag frei entscheiden kannst. Nehme ich die Ernte, die ich bekomme, reinvestiere sie, weil ich mir langfristig was aufbauen möchte. Oder aber nehme ich sie raus, lebe davon oder was auch immer, bezahle meine Miete und 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 damit. Oder nutze es, um es halt irgendwo anders rein zu investieren. Das ist ja ein Teil nur von diesem Rewards-Programm, der Stablecoin. Der andere Teil ist ja dann noch der Solcoin, der jetzt morgen Tatsache neu gestartet wird. Und auch das wird natürlich super interessant, denn hier haben wir erstmal ja das Geld, was wir reingesteckt haben, womit wir arbeiten können. Mit dem Solcoin haben wir ja noch eine weitere Sache, um sozusagen hier was zu erwirtschaften. Denn je länger und je größer die Vision bzw. der Plan und je mehr Zeit wir dem Ganzen auch geben, desto weniger Solcoins wird es geben. Desto mehr Leute wollen den Solcoin kaufen und desto höher wird dementsprechend auch der Preis gehen. Also das ist einfach eine grandiose Geschichte, wo man nicht nur die Möglichkeit hat, sich hier konservativ ein Einkommen mit aufzubauen, sondern eben auch auf den Solcoin zu spekulieren. Und ja, einfach zwei Möglichkeiten hat, hier am Ende von einem sogenannten Pre-Pay jetzt hier zu profitieren. Dementsprechend kannst du das natürlich auch überlegen, ob du nochmal aufstockst, um hier einfach einen höheren täglichen Ausschüttungen zu bekommen, die du am Ende für dich arbeiten lässt. Das ist denn, ja, der Zinseszinsrechner, ne? Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Wir gucken jetzt einmal nur ganz kurz drüber. Es ist eine ziemlich krasse Geschichte, denn wenn wir hier einfach mal sagen, dass wir die Cookies zulassen und ein Anfangskapital, sagen wir mal von, wir können ja nur 10.000 nehmen und eine monatliche Sparrate, das haben wir jetzt nicht. Wir haben einen jährlichen Zinssatz, sagen wir einfach mal von 30 oder sagen wir mal 20 Prozent. Und wir warten jetzt einfach mal bis 20, 24. Dann haben wir doch diese 10 Jahre, haben Ausschüttungsintervall von monatlich. Wie viel würde dann aus diesen 10.000 werden, wenn wir jeden Monat das, was wir bekommen, wieder reinvestieren? Das ist natürlich interessant. Wir hätten am Ende hier aus 10.000 Euro 72.000 gemacht. Das ist natürlich Brutales. Und wenn das dann nicht nur 20, sondern vielleicht 25 sind an Prozenten, die wir durchschnittlich bekommen, haben wir am Ende 118.000. Hier stehen, sind es 30, sind es sogar am Ende, ich glaube, 100. Ja, da sieht man mal, 193.000 Euro, auf die wir, und wenn wir dann nur 20 Prozent bekommen, da kriegen wir weitaus mehr als 10.000 Euro jedes Jahr passiv, einfach nur an der Ernte von Minimil. Und das ist halt meiner Meinung nach eine Geschichte, wo man sagen kann, deswegen reinvestieren und reinvestieren und reinvestiere ich, weil ich mich ja immer mehr an diesem Umsatz beteiligen möchte und immer mehr passives Einkommen haben will. Denn das ist ja auch irgendwie das, worauf man aufbauen sollte. Denn wenn dein Geld nicht für dich arbeitet, musst du immer für dein Geld arbeiten. Und da will man ja so ein Stück weit von wegkommen, um irgendwie so eine finanzielle Unabhängigkeit zu kriegen. Und denkt man deswegen hier so, ja, 20 bis 30 Prozent das Jahr ist halt, wie man sieht, ein großer Unterschied, wenn man dann auch reinvestiert, von 90 auf 193.000 hier, oder 76 auf 193.000, das ist gravierend. Denn dann auf 193.030 Prozent zu bekommen, wären ja 19 mal die 3, das wären 30, das wären 57.000 Euro nur von Minimil und das bei einem Investment von 10.000. Also 37.000 Euro jedes Jahr, einfach nur aus einem Investment von 10.000 Euro ab 2034. Ja, also das ist halt verrückt. So, und ich glaube, ihr habt es auch verstanden. Also wie gesagt, wenn ihr hier überlegt, nochmal natürlich ein Prepaid zu machen, ist das natürlich auch die beste Situation, wenn man das macht, bevor die 10x-Aktion beendet wurde. Und wo man noch sozusagen auch den Zollcoin geschenkt bekommt, ansonsten glaube ich, dass die meisten von uns eh schon ganz gut dabei sind. Muss immer Geld sein, wo man halt eben, ja, bereit ist, da sage ich mal drauf zu verzichten und einfach das Ganze auch langfristig sehen kann. Das ist immer ganz wichtig. Und ansonsten hoffe ich, dass dir das Video und diese Impulse hier gefallen haben, dass du staken konntest, dass du was damit anfangen konntest und freue mich, dich jetzt erstmal im nächsten Video zu sehen. Ciao.